Musik So und herzlich willkommen, hier gerade eben eine kleine Musikunterrichtsstunde gehabt und wir sind heute Abend an unserem Doppelwochenende in Bülfershausen zum ersten Morgen in Hessen, Niederbärbach wird auch der Kracher. Ich freue mich heute Abend auf Bülfershausen und wir haben heute das Warm-up Freitagabend für den morgigen Sommerkarneval hier und das ist hier immer eine riesen Gaudi. Heute Abend machen wir, wie gesagt, das Warm-up. Schaut euch die Infos an auf unserer Homepage www.nosepeach.de oder wenn ihr es noch nicht getan habt und ihr Facebook zuhause habt, dann geht in euer Facebook rein, gebt oben in die Leiste NoSpeech ein, da findet ihr unsere Gruppe und die solltet ihr mal liken. Ganz fetters Like für uns. Wir freuen uns drauf, heute Abend in Bülfershausen die Bühne zu ropfen. Alle Infos dazu seht ihr hier im Podcast. Viel Spaß dabei! 2, 3, 4… Der Aufwärmcheck ist leer, jetzt geht's los. A bum roll, let's rock. Der Aufwärmcheck ist leer, jetzt geht's los. Der Aufwärmcheck ist leer, jetzt geht's los. Der Aufwärmcheck ist leer, jetzt geht's los. Wir sind quasi schon umgezogen und was für eine Party wir letzten Endes gefeiert haben, das seht ihr hier im Podcast. Ich wollte euch nochmal ganz kurz jemanden vorstellen und zwar die gute Seele bei uns in der Welt. Das ist die Nadine. Kann es da nicht stehen, aber wir können ja trotzdem mal darauf hinweisen, dass es da nicht steht. Das ist auf jeden Fall die Frau, die immer die Bilder bei uns macht und die Kamera in der Hand hat und guckt, dass ganz viele Partypeoples dann auch bei uns auf der Homepage sind. Und dieses Wochenende hast du schon wie viele Bilder gemacht, gefühlte? Gestern waren es knapp 300. 300. 300. Wir werden dafür nur ein bisschen aussortiert, damit noch das Beste vom Westen bei uns auf der Homepage für Ulrich dann da ist. Und die Nadine, wie gesagt, ist die Seele der Band. Und wenn wir sie nicht hätten, hätten wir auch keine Mannschleifen, keinen Marmorkuchen, keinen Nussgipfeln, Muffins hätten wir keine. Okay. Also auf jeden Fall alle Dinge, die eine Band zu überleben, rauf für so einen Abend. Wir sind einfach froh, dass sie da ist! Juhu! Wir haben uns diealls, die einidadte Aussagen aus der Reece und trinken. Wir haben uns die H Regularis. Wir haben uns die H ü! Wir haben uns die H Е Re. Nuh. Wir haben uns die Hände.